In einem SUV wie diesem Fiat kommen Sie auf jedem Gelände sehr gut zurecht. Ein leistungsstarker Motor sorgt für den Antrieb dieses SUVs. Im Interieur finden Sie eine Geschwindigkeitsregelanlage, fordere Sitzheizung und eine Klimaautomatik. Die Sicherheit dieses Autos wird mit einer Rückfahrkamera, ESP und Tagfahrlicht verbessert. Dieses Auto ist sogar mit einem Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen ausgestattet. Neugierig? Rufen Sie uns jetzt an für eine Probefahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017